Genosse Empf, das sage ich jetzt nur Ihnen. Meine Stücke sind nicht so gut, als dass ein Schwalber sie inszenieren könnte. Ich brauche die Asker. Und ich glaube, dass Sie ihn zu hart beurteilen. Ja, sehen Sie, und ich glaube das nicht. Aber das lieben wir ja auch alle an Ihren Stücken. Die Liebe zu Menschen, die guten Menschen, den Glauben, dass man sich verändern kann. Dreimal. Ganz gleich, wie oft Sie das in Ihren Stücken schreiben. Menschen verändern sich nicht.